Auf der Suche nach einem günstigen Sherry-Finish? Ich habe hier zwei stehen. Eins von Glen Moray und eines von Tamna Woolin. Ich kenne sie beide nicht und muss ganz ehrlich sagen, ich weiß noch nicht so richtig, auf was ich mich jetzt hier gerade einlasse. Hallo und herzlich willkommen zum Whisky-Turntable. Einmal kurz zu meiner Auswahl. Ich wollte wirklich die günstigsten Originalabfüllungen einer Brennerei hier haben, in Bezug auf Sherry-Finish. Ob es mir gelungen ist, möchte ich jetzt gar nicht behaupten. Wenn ich irgendeine Abfüllung vergessen habe, was mir passiert oft, dann schreibt sie mir bitte. Gar kein Thema. Aber ich denke mal, ich bin hier wirklich in den Top 5 der günstigsten Abfüllungen. Sagen wir es mal so. Wir haben den Tamna Woolin. Muss ich immer an Lager-Wullen denken? Ich habe nochmal nachgeschaut. Hier ist ja auch eine Mühle drauf abgebildet. Ich glaube, das Wort Woolin steht für Mühle. Verbessert mich. Was mir sonst noch direkt aufgefallen ist, hier steht eine Batch-Nummer drauf. Und da die so standardmäßig draufgedruckt ist, dachte ich, die muss ja auf jedem Karton sein. Ich habe nachgeschaut. 10 Shops und die Whisky-Base und und und. Ja, es ist immer das Batch 30502. Ich weiß nicht, warum man sowas macht, oder? Macht doch irgendwie überhaupt gar keinen Sinn. 40 Volumenprozente haben sie beide. Alter tragen sie natürlich nicht. Ich blende euch mal die Farbe ein. Ich habe es einfach mal gemacht und fotografiert. Wenn sie gefärbt sind, mache ich es ja in der Regel nicht. Aber diese Verpackungen haben mich irritiert. Die Whisky-Base hatte nichts dabei stehen. Einer der großen, großen deutschen Internethändler führt beide als gefärbt. Und ich gehe da eigentlich auch von aus, sagen wir es mal so. Aber bei der Tamna Bullim-Flasche haben wir auch so ein Label-Etikett. Da ist hinten diese überklebte Steuermarke drauf. Und ja, gut, in England muss man das ja, oder Großbritannien muss ich das ja nicht ausschildern mit der Färbung. Deshalb da bin ich mir unsicher. Habe ich jetzt einfach mal eingeblendet. Auf jeden Fall haben sie beim Tamna Bullim, wenn da gefärbt ist, ganz schön viel mehr reingetan als beim Glenn Moray. Okay, sonst noch zu denen. Für mich sind die eigentlich relativ unbekannt. Ich hatte noch keinen davon, wie ich sagte. Die gehören zu White & McKay. Zu denen gehört, gehört mal, Dahlmoor, Fetterkern, Jura. Ich hoffe, die gehören noch alle dazu. Richard Patterson taucht in dem Zusammenhang ja auch immer auf. Ich glaube, jetzt ist er ja in so eine Art Vorruhestand gegangen. Und White & McKay gehört auch wieder irgendeinem weiteren Großkonzern oder so. Das nur kurz zur Info. Es gibt noch ein paar andere Abfüllungen von denen, die kein Alter tragen. Hintergrund könnte der sein, dass die irgendwann in den 90ern zugemacht wurden. Ich glaube, dann wurde da mal laut Wikipedia eben irgendwie mal für ein, zwei Wochen gebrannt. Aber erst 2007 ging es wieder los, als White & McKay die übernommen hatte. Und ja gut, jetzt schreiben wir 2020. Nach 13 Jahren sollten die Lagerhäuser eigentlich voll sein. Aber vielleicht als Erklärung, warum es in den letzten 5, 6, 7 Jahren da jetzt nicht ein 12er oder ein 15er von gab. Könnte damit zusammenhängen. Okay, dann der Glen Moray. Ist mir dann etwas besser bekannt. Hatte ich auch bestimmt schon, weiß ich nicht, 10 Stück, 5 Stück, 7 Stück. Aus dieser Klassik-Serie, da gibt es noch viele andere gefinishten Abfüllungen. Hatte ich welche schon mal vor 4, 5 Jahren in einem Video. Den Sherry gab es damals aber noch nicht. Der kam kurz danach raus. Ich weiß noch, wie ich damals dachte, ach, der wäre ja auch nett gewesen. So. Ja, ich glaube, das Allerwichtigste vergessen. Ach ja, genau. Hier wird wenigstens angegeben, worin gefinisht wurde. In Ollo Rosa. Und Glen Moray, ich habe es jetzt hier nur ganz klein draufstehen, gehört einem französischen Spirituosenkonzern. Aber nicht Pinot Ricard. Ja, der hieß irgendwie anders. Hier beim Tamna Bullen steht so schön drauf, wenn ich es jetzt finde, dass er in drei verschiedenen Typen von Sherryfässern lag. Da kann ich ganz viel und gar nichts daraus interpretieren. Heißt das jetzt Hoxheds, Batts und Pansions? Oder heißt das erstbefüllte, zweitbefüllte, drittbefüllte? Oder meinen Sie sogar, dass es Ollo Rosa, PX und Manzanilla-Fässer waren? Ich weiß es nicht. Also, wird auch nicht erklärt. Ich war auf der Internetseite. Bei der Whiskybase wird es auch einfach nur 1 zu 1 so abgeschrieben. Geht man auch nicht näher drauf ein. Sonst habe ich nichts gefunden. Wenn ihr mehr wisst, schreibt es mir hin. Da muss ich ja hier die Aussage, die Transparenz, ja fast schon loben. Aber wie gesagt, ich finde das ein bisschen bekloppt. Man schreibt doch nicht hin, ja lag in 3 verschiedenen Fasstypen oder irgendwie Sherryfässern und dann, oder die haben nur 3 da. Ich weiß es nicht. Finde ich doof. Ihr merkt es. Okay, schreit mir zur Tat. Sonst habe ich hier auch nichts. Ich finde diese Kategorie vom Preis her doch nochmal was ganz anderes als jetzt ein Finish um die 30 Euro. Also muss ich ganz klar unterscheiden. Das kostet ja dann, oder sag ich mal, da sind wir nochmal bei knapp 10 Euro mehr oder prozentual ein Riesenbatzen. Deshalb denke ich mal, dass ich hier auch einen großen Qualitätsunterschied eventuell habe und habe mich jetzt hier nicht noch weitere hingestellt. Und oft kommen die dann auch recht schnell mit 43 Volumenprozenten oder so um die Ecke und all das wollte ich nicht. Oder tragen sogar ein Alter. Wie verpönt heutzutage. So, Glen Moray. Nein, alles hier in Ordnung. Ich hatte gleich direkt einen Anflug von Jugend. Die war sofort da. Und das ist ja einfach die Sache bei uns Whiskytrinkern, warum wir gerne einen Whisky haben, von dem wir das Alter kennen, selbst wenn es nicht ganz groß draufsteht. Kann auch gerne klein hinten im Text stehen. Aber meistens traut man sich da eben nicht, drei Jahre oder vier draufzuschreiben. Also hier bin ich wirklich verdammt weit unten von meiner Altersschätzung nach der ersten Nase. Etwas Schärfe, die ich auf den Alkohol schiebe, auf die Jugend. Dann kommt eine Grundsüße, eine Malzigkeit. Eine erdige, nicht mineralische, eine leicht erdige Grundnote. Die kenne ich aber so von Glen Moray, gerade von den Jüngeren. Ich habe einen 16-Jährigen schon viele, viele Jahre in einer Dose mit so verschiedenen Soldatenuniformen drauf. Gibt es heute, glaube ich, schon gar nicht mehr. Auch nur 40 Volumenprozente, aber da merkt man richtig Eiche und da merkt man den Glen Moray schon ein bisschen greifter, kann man ihn erleben. Und hier habe ich ihn wirklich im Blut, Jung. Und das fällt mir direkt auf. Der 16er und ich, wir sind ganz langsam so Freunde geworden, auf so, ja, er kam ganz angeschlichen. Am Anfang war ich sehr, sehr enttäuscht von ihm, war ein Whisky, den ich mal geschenkt bekommen hatte. Und dann habe ich ihn wirklich die ersten Jahre gar nicht mehr angepackt und irgendwann habe ich ihn dann genommen, ich glaube, mit irgendjemandem, der einen Whisky trinken wollte und der jetzt keine, ihr kennt das, von Leuten, die jetzt keine klassischen Whisky-Trinker sind. Da dachte ich, der reicht allemal. Dann hatte ich ihn im Glas und dann fand ich es eigentlich ganz in Ordnung. Ich denke, da ich dann von dieser Erwartung her kam, dass ich keine Erwartung habe. Und dann fand ich ihn wieder gut. Aber hier, sehr, sehr jung, wie ich gerade sagte, diese typische Glenmore-Note, das in Sprittig, Süße taucht auf, Malzigkeit und dann Sherry. Aber nicht vollendet, sondern irgendwie verdünnt. Ich weiß jetzt nicht, ob es da auf ein paar Monate ankommt, kann ich mir kaum vorstellen. Verkürzt man dann bei so einer ganz günstigen Abfüllung auch wirklich die Zeit? Dass die nicht gigantisch ist, ist mir klar, aber ein bisschen muss ich es doch drin lassen, damit das Ganze Sinn macht. Es kommt dann eher nach hinten so ein bisschen säuerlich raus. Ein bisschen Ananas durch diese süß-säuerliche Note. ich habe kaum Holz nach hinten hin. Ein bisschen, also es sagt mir noch nicht so ganz zu. Okay, jetzt aber. das Sherry-Finish, habe ich geschmeckt. Es ist ganz akzeptabel. Aber der Spirit ist einfach so jung da drin, dass sehr viel Unruhe da ist. Schärfe. Ich hatte eben meinen Einstiegs-Malt und ich hatte schon einen ja, auch einen nur 40%igen genommen und was ganz Leichtes, Feines, auch ohne Alter. Ohne irgendeinen Finish. Aber der der hier, das fällt sofort auf. Also es ist jetzt auch nicht meine, wie gesagt, ich sage das gerade mit meinem Malt davor, dass ihr nicht denkt, das ist mein erster Schluck und ich gehe gerade auseinander. Aber diese schärfliche blechernde Note davor, die stört mich am meisten. Also diese Jugend noch gar nicht mal so sehr von den Aromen her ist eben, wenn ich das kaufe, weiß ich das, junger Malt. Das Sherry-Finish, wie gesagt, auch ganz akzeptabel. Ich nehme mal die Dose, das ist eine Dose, Verpackung. Die ist um einiges wabbeliger als der da hinten. Also wenn es ums Verschenken geht, würde ich den da hinten nehmen. Trockenfrüchte, Trockenfrüchte kannst du auch alles machen. Toffee, Candy, süße Vanille, Dark Chocolate, also süße Vanille von mir aus süße, ja, Vanille findest du da garantiert auch noch drin, aber dunkle Schokolade, nee. Und orientalische Gewürze, also ein sehr befriedigender, langer Abgang mit irgendwelchen Gewürzen. Kriege ich das Wort gerade nicht übersetzt. Ja, also wie gesagt, hier kommen wir doch zu stark die Jugend durch. Wir nehmen auf jeden Fall nochmal einen zweiten, das ist ganz klar. Und wenn man jetzt weiß, dass es Oloroso ist, weiß ich gar nicht, wo, ob die Süße eben aus dem normalen Glamouray-Brand kommt. Also dann hat er nach hinten wirklich eine säuerliche Note drin, bin ich dann eher bei Orangen, Blutorangen, vielleicht ein bisschen Ananas, was ich vorhin glaube ich schon mal zur Nase sagte. Ja, dann kommt diese Schärfe durch. Man kann sich da nicht so schön drauf konzentrieren. Ja, ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Dunkle Schokolade? Nein, habe ich nicht. Irgendwelche Gewürze am Ende. Das ist auch eine Suche, ne? Also eher, wie gesagt, dieses Sherry-Finish ist nicht stark. Ich würde sagen, da finde ich eher am Ende noch irgendwie leicht so nussige Noten vom Oloroso, aber auch nur minimal. Also dieses Sherry wirkt ein bisschen verwässert. wie gesagt, finde ich nicht so tragisch. Jungermold finde ich auch nicht so tragisch, die Aromen davon, aber eben diese Jugend an sich, die würde mir hier persönlich bei der ganzen Flasche, wenn ich sie vor mir hätte, doch ganz schön auf den Wecker gehen. Okay. Es ist ja die Sache, 20 Euro plus oder so liegt der. Da fällt es bei so einer Flasche dann natürlich immer so ein bisschen ins Gewicht, wenn ich dann 5 Euro Mindermenge zahlen muss. Jetzt ist sie dann gleich schon immer im Verhältnis so super teuer. Das ist dann von mir aus bei einer 50 Euro Flasche, wenn ich im Shop kaufe, der dann auch noch keinen freien Versand hat, nicht mehr so stark. Deshalb muss man fast eine Gruppenbestellung machen, wenn man jetzt so günstige Maltz trinkt. Also meine ich jetzt überhaupt nicht böse, aber man hat einfach dieses Problem, wenn ich mal eine Flasche haben will. Wenn ich einen teuren Maltz haben will und suche nach einem passenden Shop, kriege ich die eigentlich Versandkosten frei. Oder ich habe einen günstigen Preis und zahle dann die 5 Euro, dann kostet er so viel wie im anderen Shop. Ihr kennt das Spiel. Aber hier bei so einer Flasche, die 20,40 Euro kostet oder sowas und dann kommen da 5,90 Euro Versand dazu, das macht irgendwie keinen Spaß mehr. Da kann ich ja fast so weit hingehen und mir irgendwie einen suchen, mit dem ich zusammen bestelle. Anders funktioniert es dann schon nicht. Okay. Mein erster Tamna Bullen steht an. Ich lasse mich nicht von dieser dunklen Farbe täuschen. Ich versuche es wenigstens. Stark. Kommt mir nichts verdünnt vor. Volle Sherry-Frucht. Ohne das, was mich da gerade gestört hat, eine metallische Jugend. Rosinen hatte ich direkt. Muss ich so sagen. Noch ein bisschen Holz dahinter. So kommt es mir vor. Also wie gesagt, ich glaube nicht, dass ich jetzt hier hinterkomme, welche drei Sherry-Fässer sie verwenden oder Arten von Sherry-Fässern. Aber hier ist ordentlich mehr los. er ist ein klein bisschen süßlicher, aber er hat diese säuerliche Note da nicht drin. Er hat diese junge Note nicht dran, drin. Und auch nicht diese eben, da war es auf der Verpackung ja stand ja unglaubliche Vanillenoten oder so. Ich hatte ja auch noch so eine Malznote. Kann hier alles unter dem Finish verborgen sein, aber es bricht auf jeden Fall in der Nase nicht durch. Es wird dann wirklich eher schon wirklich dunkel nach hinten. Also guter Kandidat mal für ein Blindtasting. Muss man so hart sagen. Ich habe es noch nicht probiert, aber von der Nase her kann ich mir kaum vorstellen, dass man hier jetzt aus dem Nichts, wenn man jetzt nicht vorher irgendwie sündhaft teure Whiskys hatte, jetzt direkt an 20 Euro denken würde. Hier hätte ich eher Gewürze, Pfeffernote, so leicht Muskat, also sehr, sehr faszinierend, muss ich echt sagen. Die Pfeffernote nicht, aber das ist doch so weihnachtlich ist zu viel gesagt, aber nach diesem Hauch von Nichts vom Sherry Finish ist das hier ganz schön beeindruckend. So, nehmen wir mal. zum Abgang kommt ein bisschen Jugend, aber mit der kann ich leben. auf jeden Fall jetzt nach dem Glamouray. Also ein sehr schwerer Malt, während der andere wirklich leicht von den Aromen war, gerade vom Sherry her, ist das hier wirklich eine massive Fracht. Die Eiche ist nicht wirklich lang, aber hier war, glaube ich, europäisches Holz im Spiel. Also sie ist so vollmundig, die Eiche, wenn sie einsetzt, dass beim Malt da kein Alter trägt. Ich meine, der kann trotzdem natürlich zehn Jahre alt sein, möchte ich nicht abstreiten. Aber damit habe ich nicht gerechnet. Da standen hier auch was drauf. Genau, also hier steht immer wieder nur, dass er als erstes eben in amerikanischen Eichen Barrels lag. Klar, logisch irgendwo. Und dann eben nur diese drei different types of Sherry Cask to compliment the sweet. Ja gut, süß ist er ja. Ah, da haben wir was stehen. Vanille, Karamell, Banane, nicht Schokolade und Ingwer leicht. Aber auch wirklich nur leicht, also das hatte ich als Gewürze. Banane, ja, es ist irgendwie so ein voller, runder Geschmack. Der ist so ein bisschen Kiba-mäßig. Ihr wisst ja, ich habe immer schnell eine Kirsche bei Sherry. Ahornsirup, Rosinen, Orangen, Aprikosen, Melonen, da steht ja alles drauf. Muss ich jetzt aufpassen, dass ich nicht alles nacherzähle. Ne, also das ist ein, das ist eine Geschichte jetzt nach dem ersten Schluck, die mir zusagt, wo ich sage, ja, das würde ich wohl verschenken. Also beim Glenmore fände ich das ein bisschen blöd. Man kennt mich ja auch, ne, selbst wenn die Leute sich nicht für meine Videos interessieren, aber so im Bekanntenkreis ist das ja bekannt. Und ich glaube, da wird dann schon erwartet, selbst wenn es ein günstiger Whisky ist, ja, dass geschmacklich was rüberkommt. Also, Tamna Bullen, ja, würde ich verschenken. Hä? Wenn dieser erste Sherry-Eindruck nachlässt und bevor die Eiche einsetzt, da habe ich, merke ich die Jugend, dass er kein Alter trägt oder dass er sehr wahrscheinlich jünger ist. Aber ich glaube, er ist nicht so jung wie der Glenmore oder sie können es besser verpacken. Das spielt mir am Ende auch, darum geht es mir nicht. Das ist, finde ich, hier jetzt auch akzeptabel. Ich suche ja danach, ne? Wenn man ihn jetzt einfach genießt, sollte man das nicht machen. Aber ich habe vorher wirklich die volle Aromenvielfalt und es kommt mir so ein bisschen vor, als ob sie vielleicht doch dann da Oloroso und PX und was weiß ich von mir, so andere Fassarten ist mir egal, aber gerade auch mit dieser massiven Süße könnte ich mir vorstellen, dass da so ein bisschen PX mit im Spiel ist oder sein kann. Und nach hinten raus merkt man dann eben, dass er dann schneller abbaut von der Eiche, aber für diese, er ist so ein ganz klein bisschen teurer, so 22 Euro, 23 Euro, aber die, finde ich, sind vielleicht kriegsentscheidend. Also, wer sie dann doch noch hat und eigentlich nur 20 Euro ausgeben will, der sollte sie dazu tun, meiner Meinung nach. Das ist jetzt nichts unheimlich Komplexes, aber es überrascht mich gerade von der Intensität. Es ist auch nicht zugekleistert, wie jetzt bei irgendeiner dunklen Cola-Maldsuppe. Wer meine Videos häufiger sieht, weiß, was ich für Whiskys meine. Und hier, man kriegt genau das, was draufsteht. Ja, kann ich anders nicht sagen. Ich gehe jetzt nochmal zurück. Allein der Form halber. Nein, ich spüle jetzt auch nicht. Aber um den jetzt nochmal zu haben. Er hat irgendwie was Abgestandenes. Was ich eben mit so einer erdigen Note meinte, ist ja so eine Mischung aus der Jugend, also diese malzige Note, vielleicht auch ein bisschen wie so ein wie so ein Teig, der vielleicht doch so ein bisschen über ist, so ein bisschen sauer geworden ist, vielleicht zu lange in der Sonne gestanden hat oder so. Und dann wird es eben für mich auch so ein bisschen erdig. Mineralisch finde ich, ist das falsche Wort. Es kommt nicht so angenehm Sherry fruchtmäßig in die Nase, sondern eher Glen Moray Jung-typisch, weil wie gesagt, davon hatte ich schon drei oder so. weniger Holz. Ich merke von der Sherry her wirklich eine leichte, nussige, süße oder nussige Note, wo die Süße herkommt, bin ich mir noch nicht so ganz im Klaren. Vielleicht von der ersten Lagerung in Ex-Burban. Aber wie gesagt, da ist diese doch jetzt auch wieder stark merkbare Jugend dazwischen. Okay. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass man den nicht trinken kann. Das wäre wirklich total falsch gesagt. Aber wenn ich die Wahl hätte und es würde mich zwei, drei Euro kosten, dann nehme ich den Tamna Wullen. Da stehe ich zu. Und der Glen Moray müsste ein bisschen seine Jugend verlieren. Das kann ja auch daran liegen, der eine Malt kommt jünger einfach besser rüber als der andere. Es muss dann nicht immer ein rauchiger Malt sein. Ich stecke da nicht drin, bin kein Brennmeister, aber so habe ich es oft erlebt, dass da manche Brennereien oder Malt aus manchen Brennereien einfach besser genießbar sind in Jungen und andere wiederum dann ja ein bisschen länger warten. Okay. In dem Sinne. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Dann bohessen. Untertitelung des ZDF, 2020